So, es wurde endlich was zum Event, zum Jahrestag bekannt gegeben. Herzlichen Glückwunsch, Pokémon Go. Trainer, bla bla bla, erst ein Jahr, bla bla bla. Abenteuer, bla bla bla. Hier, 6. Juli bis 24. Juli. 18 Tage, komische Zahl. Wildnis, entdeckte, Pikachu, Ash, berühmte Kappe. Besonderes Pikachu. Leider, Scanner, ihr wisst, die Map läuft nicht einwandfrei. Ich weiß nicht, ob ich 100% von dem bekomme. Das ist das Einzige, was mich interessieren würde. Ansonsten, hier, Raid Jubiläumsbox. Reduzierte Brutmaschinen. Okay, Top-Beleber, Vinyux, Superbelle, Vinyux und Raid Passe. Zum Aufstocken, wo habe ich das gelesen, hier irgendwo, zum Aufstocken. Anlegen, ja. Also für alle, die gestern kommentiert haben, dass man Raid Passe nicht sammeln kann, nur die umsonst kann man nicht, also die Free Raid Passe kann man nicht sammeln. Die Premium, schon. Sprich, die Box kann man sich kaufen, um Raid Passe zu sammeln. Der Rest, komplett nutzlos. Genauso wie das ganze Event hier, falls man das überhaupt Event nennen kann. Aber lasst euch nicht entmutigen, das ist wahrscheinlich eh nur Undercover. Ich denke so nach einer Woche, echt so am 13. kommt dann ein Event für eine Woche. Oder sogar länger warte, 13. für 11 Tage oder so. Ja, schauen wir mal. So, Event echt unspektakulär. Dementsprechend direkt weiter mit dem normalen Video. Heute geht es endlich um das Gacha. Ihr wisst, das habe ich schon seit einer gewissen Zeit. Und wollte auch ein Review dazu machen. Bin bisher nie dazu gekommen. Aber jetzt endlich. Für ein krasses Event wäre ich bereit gewesen mit dem Teil. Aber bisher ja nichts angekündigt. Ich werde nicht viel dazu reden. Also ganz klar nur die Fakten, was gut ist, was schlecht ist. Meine Meinung zum GoPlus habt ihr gesehen. Und ich habe gesagt, GoPlus ist fast wie Botten. Das hier ist hundertprozentig Botten. Also müsst ihr selber entscheiden, ob ihr das mögt oder nicht. Ich habe mich jetzt echt damit angefreundet. Ich benutze es jeden Tag. Ist echt sehr praktisch. Kurz zur Verpackung und zum Preis. Kostet 30 Pfund. Plus Versand 4,99 Pfund. Sind 35 Pfund. Ich weiß nicht genau, wie viel das in Euro ist. Könnt ihr umrechnen und dann irgendeiner schreibt es schon in die Kommentare. Und ich habe auch keine Ahnung, wie viel GoPlus zur Zeit kostet. Dementsprechend kann ich nicht sagen, welches billiger, welches teurer ist. Aber zum Preis kommen wir gleich noch. Weil das hat einen Plus. Ein Vorteil, dass sich auf den Preis auswirkt. Aber so sieht es erstmal aus. Sieht echt billig aus. Gefälscht. So richtig so made in China. Sieht echt so aus wie so ein Teil, was ich auf dem Straßenmarkt in Vietnam sehe. Selbst die Pokébälle und das hier. Das sieht alles richtig fake aus. Hier die Schrift richtig billig. Aber das Teil ist echt krass. Dementsprechend gleich direkt zu den Vorteilen. Erstens. Wo ist es? Das hier. Das ist der größte Vorteil. Man kann es aufladen. Sprich, man spart sich Batterien. Dementsprechend, habe ich gerade erwähnt, wirkt sich das auch auf den Preis aus. Weil man nie Batterien kaufen muss, sondern nur Strom. Und irgendwann mal kommt man billiger weg, als wenn man ständig Batterien für das Cooplus kaufen muss. Laufzeit von dem Teil angeblich 8 Stunden. Wenn es im Betrieb ist und 24, wenn es offline ist. Keine Ahnung, was das genau bedeutet. Also, wenn es auch Stemper ist. Ich kann es nur sagen, dass ich es jeden Tag benutze. Zumindest vormittags während der Unizeit. Und das Teil ist mir noch nie ausgegangen. Ich habe es halt noch nie so lange benutzt, dass es während des Tages ausgegangen ist. Und dann am Abend oder hinter früh lade ich das bisschen auf. Ich weiß nicht mal, wie lange man das laden muss. Ich lasse es halt immer eine Weile an. Moment. So. Ich lasse es immer eine Weile an und dann stecke ich es wieder aus. Hat bisher immer gereicht. Ist mir echt noch nie ausgegangen. Also, ich kann mich echt nicht über die Laufzeit beklagen. Ich kann 20 sagen, es ist echt zu wenig oder so. Kann man es auch das hier mitnehmen und immer an die Powerbank anstecken. Also, das sollte echt kein Problem sein. Zweiter Vorteil. Es reagiert halt sehr schnell. Also, zumindest ist es bei mir so. Ich weiß nicht, ob das irgendwie mit Handys zusammenhängt. Und bei anderen Handys irgendwie anders ist. Aber bei mir ist es so, dass es sehr schnell reagiert. Das GoPlus, habe ich bei meinem Video gesagt, reagiert auch manchmal so schnell. Dass man, bevor das Pokémon überhaupt auftaucht im Spiel, man bereits klicken kann. Und das ist bei dem hier noch viel öfter so der Fall. Ich war sogar mal am Bordeauxplatz. Wir haben dort ein bisschen gefarmt. Und dann ist mir nach einer Weile aufgefallen, dass schon ernst an kein Pokémon mehr kam. Aber das lag nicht daran, dass keine Pokémon mehr kam, sondern, dass das Teil einfach alle gefangen hat, bevor die überhaupt aufgetaucht sind. Also, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Ich blende hier wahrscheinlich schon die ganze Zeit ein, wie ich das beim Busfahren getestet habe. Busfahren oder Trampfahren ist wahrscheinlich nicht die beste Demonstration, weil man ist einfach zu schnell. Selbst das Teil, obwohl das echt gut ist, kann ich jeden Stopp, jedes Pokémon erfassen. Also, bei Bus und Tramp trotzdem immer noch beides machen, das Teil benutzen und dann manuell noch Pokémon fangen oder drehen. Also, meistens fängt der Pokémon, weil der, genau wie das Plus, Pokémon bevorzugt. Und dann kann man manuell noch die Stops drehen. War auch gut beim letzten Event. Da ging es ja eigentlich um Würfe. Also, war es eigentlich besser, wenn man ohne das gespielt hat. Aber ihr wisst, ich habe ab und zu Softball kassiert oder sagen wir mal sogar öfters. Und dann, in der Zeit, wo ich Softball kassiert habe, habe ich das einfach angemacht und der hat dann alle Pokémon zumindest versucht zu fangen. Habe ich wenigstens 25 Punkte noch bekommen, in der Zeit, wo die alle geflohen sind. Ein weiterer Vorteil, der für mich zwar nicht so ausstattgebend ist, aber man bemerkt schon ist, dass das hier halt echt Undercover ist. Das Teil hier vibriert halt echt laut und ab und zu hört man das schon echt. Und ist sogar echt manchmal unangenehm. Zum Beispiel, wenn ich in der Bibliothek sitze oder im Unterricht. Da kann man es auf jeden Fall hören, wenn alle gerade still sind und ist auch ein bisschen nervig. Ich habe gesagt, mir gefällt es nicht, weil das ist so ein Zwischending. Ich habe gesagt, entweder hat man Zeit zum Spielen oder man hat keine. Und das hier ist echt so, man hat zwar keine Zeit, aber irgendwie spielt man trotzdem. Das hat mir nicht so getaugt, dieses Zwischending. Aber das ist echt, wenn man keine Zeit hat, das macht das nebenbei automatisch alles. Wie gesagt, alles automatisch. Also muss man selber wissen, ob man das als Cheaten bezeichnet oder nicht. Weil der macht echt alles automatisch. Apropos alles automatisch. Ich habe vergessen zu sagen, was der alles kann. Der kann vieles, aber braucht tut man eigentlich nichts davon. Moment, also das Teil ist so gekommen, diese drei Sachen. Aufladenteil, das hier mit dem Band und das hier. Und da ist eigentlich nur der Link drauf zur Anleitung. Also falls ihr das kauft, könnt ihr das abchecken, die Anleitung. Und wie gesagt, es hat viele Optionen, aber braucht tut man da nicht vieles. Also es gibt ein paar Gerüchte, der kann nicht Superball und Hyperball werfen. Der kann echt genau dasselbe wie das hier. Nur ist der halt unauffälliger, vibriert nicht so laut, beziehungsweise gar nicht. Hat das hier. Und in manchen Fällen reagiert er schneller. Und ist halt automatisch, aber ansonsten ist er echt 1 zu 1 wie das hier. Wie gesagt, es gibt hier verschiedene Optionen. Du kannst einstellen, nur Pokémon fangen, nur Pokestops drehen oder beides automatisch. Und es kann auch einstellen, dass es neue Pokémon, die man noch nicht hat, nicht fängt. Das Go Plus hat es glaube ich auch, dann leuchtet es in eine andere Farbe. Aber echt nicht relevant. Ich habe eigentlich alle Pokémon und für die meisten sollte es auch kein Faktor sein. Also man kann es auf Vibrieren einstellen, ich habe es nicht eingestellt. Dementsprechend ist es halt echt unauffälliger, stört nicht so. Also man kann es so tragen, man kann es sich umbinden und dann tragen im Alltag. Ohne dass es auffällt für die Leute, die Undercover Pokémon spielen. Entweder A, weil sie sich schämen oder B, weil man halt echt im Beruf ist und arbeitet oder so. Und man kann echt nicht damit offen, frei rumlaufen und die ganze Zeit drücken. Und vibrieren, das stört halt echt. Dementsprechend ist es auch ein Pluspunkt für dieses Teil. Kann ich echt nicht abstreiten, das ist auf jeden Fall ein Pluspunkt. Und also so wie ich es mache, weil es momentan zu heiß ist und ich schütze unter diesem Teil, wenn ich es zu lange an habe, ist, dass ich es einfach so anmache, verbinde und dann in die Hosentasche oder so stecke. Man kann es auch abmachen und nur das Teil hier rumtragen. Gefahr ist halt, dass man es möglicherweise verliert. Das waren die Vorteile. Nochmal kurz zusammengefasst. Ist aufladbar, reagiert schneller und ist, wie soll man das sagen, dezenter. Das ist ein gutes Wort, dezenter, nicht so auffällig. Vielleicht auch ein vierter Punkt. Manche meinen, das hier verbindet, das hat nicht so große Verbindungsprobleme wie das GoPlus. Stimmt, mit dem habe ich echt wenig Verbindungsprobleme, beziehungsweise fast nie. Problem, also ich kann das nicht vergleichen, ich kann das nicht als einen Pluspunkt nennen, da ich mit dem GoPlus auch nie Probleme hatte. Das hat sich auch immer direkt verbunden, hat sich nie einfach so entkoppelt. Abgesehen davon, wenn halt eine Stunde vorbei ist, dann entkoppelt er sich automatisch. Aber das ist bei dem auch so. Also wie gesagt, die sind echt eins zu eins fast identisch. Dann kommen wir natürlich zu den Nachteilen. Da gibt es zwei, beziehungsweise einen. Der eine größte Nachteil ist einfach, dass es nicht offiziell ist von der Antec. Und daraus resultieren zwei mögliche Probleme. Das erste Problem haben wir überstanden. Und das war meine größte Sorge. Und zwar war das, ich hatte echt Angst, dass wenn ein Update kommt, das Teil dann nicht mehr geht. Weil die dann irgendwas reinpatchen, dachte ich, dass das hier dann stoppen wird. Es kam zwei neue Updates, seitdem ich das hier habe. Und es geht immer noch. Dementsprechend haben wir diese Sorge schon mal überlebt. Aber man weiß nicht, was die Zukunft bringen wird. Falls das auffälliger wird, falls mehr Leute das benutzen, kann eine Antec möglicherweise irgendwas reinupdaten, reinpatchen. Was das Teil dann halt komplett sinnlos macht. Und nicht mehr verbinden kann. Ich kenne mich nicht aus. Ich weiß nicht mal, ob das möglich ist. Aber das ist meine größte Sorge. Und dann zweite Sorge, zweiter Nachteil natürlich. Wo ich mir eigentlich nicht so viele Sorgen mache. Aber manche andere schon. Ist, dass man gebannt werden kann dafür. Uh, gebannt. Ich mache mir, wie gesagt, keine Sorgen. Es ist echt so wie das hier. Es reagiert und verbindet und wird auch angezeigt wie ein Go+. Dementsprechend, ich denke mal an, das ist auch ein modifiziertes Go+. Keine Ahnung. Und ich denke mal, wenn man ein Go+, upgradet, selber da irgendwas modifiziert, kann man nicht dafür gebannt werden. Dementsprechend dafür eigentlich auch nicht. Aber natürlich kann ich das nicht 100% garantieren. Das Risiko müsst ihr alleine eingehen. Und ihr müsst auch für euch selber entscheiden, ob das akzeptabel für euch ist, dass es alles automatisch macht. Kann echt ein Vorteil sein. Wie gesagt, ich bin schon seit einer Weile echt faul geworden. Erst dadurch bin ich fauler geworden. Und dann dadurch bin ich noch richtig fauler geworden. Und man gewöhnt sich auf jeden Fall echt dran. Echt gefährlich, wie schnell man sich dran gewinnt und dann wie faul man wird. Ich habe das mal am Bordeauxplatz gehabt. Bin auf Toilette gegangen. Hab mir was zuerst gekauft. Und hab das einfach da liegen gelassen. Natürlich unter Aufsicht. Mit meinem Handy. Und der hat in der Zwischenzeit alles gefangen. Also echt praktisch. Aber das war's. Gacha Review. Ich kann es echt nur empfehlen. Wer sich's leisten kann und wer keine Probleme damit hat und das Risiko eingehen will. Das kleine Risiko. Der sollte sich das auf jeden Fall holen. Ich kann es echt nur empfehlen. Ich finde es top. Ich werde es jetzt. Ich benutze es echt jeden Tag. Ansonsten schreibt unten in den Kommentaren, wie ihr das findet. Findet ihr das Cheaten? Findet ihr das Botten? Würdet ihr euch das kaufen? Und findet ihr, dass das GoPlus auch automatisch abgegradet werden sollte? Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt ihr an, ob ich's ab. Holt euch das Gacha, wenn ihr wollt. Folgt mir auf Instagram und Facebook. Vergesst euch Pokémon und CS Business.